Gut so. Immer mit der Ruhe. Verdammt, was zur Hölle Hurschungeländer! Ich bin David. Können Sie nicht warten, bis ich fertig bin? Hund ab. Hund ab. Hund ab. Hund ab. Während Höllehan seine Inspektionsgänge macht wird, doppelt seine Berichte tippen. Während Dobbit seine Inspektionsgänge macht, wird Hanrahan seine Berichte tippen. Noch irgendwelche Fragen? Ich habe einen längeren Atem. Ich bin nämlich unverwüstlich. Die Unverwüstlichen erwischt es immer zuerst. Ich bin in dieser Firma immer nur aufgestiegen. Ich dachte, könnten wir Dobbit gemeinsam verachten. Brichte uns das vielleicht näher. Brichte uns das vielleicht näher. Brichte uns das vielleicht näher. Würden Sie auch für sie beten, wenn der Automechaniker, die auf einen Haufen alter Leinentücher niederdrückt, die unter einem alten Kornokalender liegen, und sie auf Mechanikerart packt. Ihr Wunsch ist mir befehl, Hanrahan. Was es auch ist, kommen Sie nur zu mir. Meine Tür wird immer für Sie offen stehen. Ich will meine Versetzung zurück in die Heimat. Ich will mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. 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 Ich will mehr Zeit mit meiner Frau.